Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mir mal um Mikrofone und zwar um ein ganz besonderes und zwar ist es hier das VT500 bzw. VT506 Mobil von der Firma Voice Technologies aus der wunderschönen Schweiz. Die haben mir dieses tolle Mikrofon zur Verfügung gestellt und ich möchte euch heute zeigen, wo die Vorteile von diesem Mikrofon liegen und ich möchte es zu einem sinnvollen Vergleich noch kurz darauf ankommen lassen, zum Rode Smart Love Plus, denn das habe ich bisher in meinen Videos, wenn ich so ein Lavalier dran hatte, verwendet. Los geht's. Da ich draußen bin, haben wir eine ganze Menge Umgebungsgeräusche, die mit dem Mikrofon auch aufgenommen werden können. Also das kann ein vorbeifahrendes Auto sein, das können Kinder sein, Hunde die vorbeirennen, keine Ahnung. Alles das wird jetzt sozusagen auch mit aufgenommen und da könnt ihr gleich den Eindruck gewinnen, wie das Mikrofon auf diese Geräusche reagiert bzw. wie gut oder wie schlecht man das Ganze im Hintergrund hört. Das Mikrofon hat eine Kugelcharakteristik in der Aufnahme, das heißt, es ist egal, wo ihr es hier platziert, ihr könnt es hier oben platzieren, an der Seite am Kragen oder weiter unten. Die Qualität sollte in etwa gleich sein und sollte in keinster Weise irgendwie beeinträchtigt werden. Bisher habe ich mit meinem Rode Smart Love Plus meine Videos aufgenommen und das auch nicht ohne Grund, denn es war bisher für meine Einsätze völlig ausreichend und ich hatte nie das Gefühl, dass dieses Mikrofon jetzt schlecht wäre oder irgendeine Qualität liefert, die für euch nicht brauchbar ist. Bei Ton- bzw. Klangcharakteristik sprechen wir oftmals von sehr persönlichen Vorlieben und Hörgewohnheiten und ich bin jemand, der einen sehr ausgewogenen Klang eher präferiert und was mir deutlich aufgefallen ist, das ist, dass dieses Mikrofon in den Höhen mehr brilliert als das Rode und auch das Klangspektrum ausgewogener klingt. Also ich nehme jetzt gerade die ganze Zeit auf, das heißt, du hast jetzt schon die ganze Zeit die Möglichkeit zu hören, klingt das jetzt bedeutend anders als in meinen vorhergehenden Videos oder nimmt sich das nicht viel. Hier haben wir natürlich den Vorteil, dass wir aufgrund der hohen Verarbeitungsqualität natürlich noch etwas mehr Mehrwert haben, das heißt, dieses Mikrofon ist hoffentlich langlebiger als mein Rode und es sollte natürlich auch generell etwas robuster sein, wenn es gerade darum geht, das einfach mal in den Rucksack zu legen oder wenn man das doch öfter zusammenrollt. Da denke ich, wird sich die Verarbeitungsqualität hier dann nochmal deutlich bemerkbar machen. Die große Besonderheit von einem Mikrofon ist aber nicht nur die Klangqualität und die Verarbeitung, sondern auch der Einsatzzweck und zwar ist das Ganze als mobile Version gedacht, das heißt, dieses Mikrofon hat einen Klinkenausgang, der in handelsübliche Smartphones oder Tablets geht und mit einem Adapter kannst du das Ganze dann auch natürlich an einem Lightning-Anschluss nutzen, beim iPhone zum Beispiel oder mit einem anderen Anschlussadapter kannst du es an der Kamera ganz normal benutzen, wie jetzt auch. Im ganzen Sinn keine Grenzen gesetzt, ganz im Gegenteil, du kannst das Ganze relativ vielseitig auch an deinem Mobilgerät einsetzen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum herum, ich setze das Ganze jetzt mal um und zwar schließe ich das Ganze jetzt an mein iPhone an und wir schauen mal, wie dieses Mikrofon bzw. das Rode sich im Vergleich dazu schlägt. So, ich habe jetzt das Mikrofon an mein iPhone herangeschlossen, das heißt, mein iPhone 8 Plus nimmt das Ganze jetzt auf, ich habe die Tonpegel nicht angepasst, das ist alles standardmäßig, standardmäßige App und ich hoffe, du hast jetzt gleich einen Eindruck davon, wie das Ganze klingt. Ich schalte gleich um auf das Rode Smart Love Plus, dann kannst du dir nochmal da einen anderen Eindruck holen. Was mir aber gleich sofort auffällt, ist das bedeutend längere Kabel, das heißt, ich habe hier bestimmt über das doppelte längere Kabel an diesem VT506 als am Rode Smart Love. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du jetzt an einer Kamera arbeitest und keine Funkstrecke zur Verfügung hast oder nicht einsetzen möchtest. Wenn du das Ganze natürlich hier im Selfie-Modus benutzt, dann ist klar, dann brauchst du auch kein 2,50 Meter langes Kabel, sondern reichen auch meistens so ein halber Meter oder ein Meter maximal. Das ist hier mega lang, also ich kann es nicht mal hochhalten. Ich habe da noch eine ganze Menge übrig von dem Kabel und könnte mich jetzt ziemlich weit weg von meinem Telefon bewegen und das finde ich sehr, sehr gut, denn ich brauche wie gesagt keine längeren Kabel als Verlängerung noch anschließen, sondern kann das gleich sofort direkt mit benutzen. Ich drehe mich mal, ich würde jetzt einfach mal in den Wind laufen, um dir auch zu zeigen, wie sich das Ganze bei Wind verhält. Und zwar gehe ich hier mal auf das Feld raus und hoffe, das Ganze wird ein bisschen mit dem Wind beeinflusst, der hier gerade ist. Es gibt von Werk aus natürlich so einen kleinen Schutz hier, genau, den kann man dann drauf machen. Die Verarbeitung ist sehr gut. Also das Ganze ist natürlich auch teilweise handgemacht, so steht es auch in der Beschreibung. Dementsprechend hochwertig ist die Verarbeitung und ich würde sagen, für den direkten Vergleich schalte ich mal um auf das Rode. Jetzt das Ganze mit dem Rode Smart Love Plus. Ich denke, der Sound dürfte etwas anders sein. Ich hoffe, du erkennst auch einen Unterschied. Wenn nicht, schreib es mir gerne in die Kommentare. Mich würde interessieren, was ihr hört. Fallen euch Besonderheiten auf oder sind für euch beide Mikrofone gleich? Ich gehe jetzt gleich mal hier mit etwas mehr Wind rein. Das heißt, wir gehen wieder hier über das Feld und hier kommt auch gerade ein bisschen Wind rein. Das heißt, es dürfte relativ gut hörbar sein, ob sich das Ganze verändert. Ich habe jetzt bewusst mal die tote Katze weggelassen. Das heißt, das Ganze kommt auch ungefiltert auf das Mikrofon. Und bevor ich auf das VT umschalte, bin ich noch mal einen Moment still, um dir auch die Stille sozusagen mit dem Mikrofon zu zeigen. Ja, ich hoffe, dir hat der Vergleich etwas gefallen und ich hoffe, du hast einige Erkenntnisse daraus für dich ziehen können. Wenn dir das Ganze gefallen hat, stimme gerne mal hier oben ab in der Infobox. Da habe ich eine kleine Abstimmung bereitgestellt. Und da würde mich interessieren, wie du die beiden Mikrofone empfindest. Also welches gefällt dir besser oder welches hast du einfach besser im Gefühl, jetzt wenn du hier zuhörst. Stimme da gerne mit ab. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video etwas mitnehmen, was den Klang bzw. die Klangcharakteristik von dem VT 506 angeht. Das Produkt habe ich noch mal hier in den Shownotes verlinkt. Das heißt, ihr könntet noch mal in alle Ruhe auf die Webseite von VT schauen und euch dort weitere Informationen abholen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter als Dankeschön fürs Zuschauen zu sagen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst den hier. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018